Gut, eine Folge mache ich jetzt noch und dann kommt meine nächste Aufnahmesession wahrscheinlich erst in 2-3 Tagen. Gut, wir sind immer noch hier in Kaltara, also hier drüben, wo der Nexus ist. Die Zähler ablesen. Erzmagier Berinand im Transistusschild möchte, dass ihr mit den Messwerten seiner Instrumente in Kaltara zu ihm zurückkehrt. Geheimnisse der Urtume. Erzmagier Berinand möchte, dass ihr 3 eiszeitliche Späne und 3 magiegebundene Späne von den Urtumen in Kaltara besorgt. Hier drüben. Grundausbildung. Reloras möchte, dass ihr 10 Spruchwirker von Kaltara tötet. Und hier verrückt nach Bären. Bibliothekarin Sera möchte, dass ihr 10 Frostbären von den Frostbärbüchen in Kaltara besorgt. Und Korastrasa, Bibliothekarin Sera möchte, dass ihr mit Korastrasa in Kaltara sprecht. Hier drüben ist außerdem der Flugpunkt, den habe ich vorher nicht gesehen. Wusste ich auch nicht mehr, dass der noch da ist. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir überhaupt in welcher Reihenfolge machen. Hier sind Spruchwirker. So. Da drüben links ist ein Urtum. Also es gibt zwei verschiedene Farben von Urtum. Den Würmkind brauchen wir nicht. Und die eiszeitlichen sind auch nicht aggressiv. Die greifen also nicht von sich aus an. Die anderen sind aggressiv. Die greifen von sich aus an. Und die anderen sind, glaube ich, etwas Lillaner. So. Und jeder von denen hat so einen Span drin. So. Ähm. Da. Ja. Lilla. Wie ich gesagt habe. Komm mal her. Noch ein Stück weiter hierher. Bitte. Dankeschön. Ich habe kein Ziel. So. Da. Eins und eins. So, die Zähler. Moment. Wir machen erstmal den Spruchwirker hier. Okay. So, die Zähler. Die sind in diesen Gebäuden drin. Beziehungsweise drei von den Zählern. Das sind diese komischen Kugeln hier. Braucht man nur anklicken. Und zack. Fertig. Ich bin gerade am überlegen. Ey. Sau. Ich bin gerade am überlegen, wo die komischen Bärenbüche sind. So. Äh. Ah. Mist. Ich habe eigentlich gedacht, der ist zu weit weg für uns. Naja. Egal. Na, komm. So. Wo ist noch ein Spruchwirker? Da nicht. Da nicht. Da ist ein weißes Urtum. Wir brauchen jetzt noch eins und eins. Da drüben ist noch ein weißes. Ja, ich sage jetzt einfach weiß und litter. Wenn mir die Namen von denen eh nicht einfallen. Ich brauche ein Ziel. So. Eins ist platt. Ah. Da sind die Büsche. Frostbärenbusch. Ey. Warum läufst du denn die ganze Zeit um mich rum? Kannst du nicht mal stehen bleiben. So. Büsche. Und immer schön in der Luft bleiben, dass die uns nicht angreifen. Ist auch bescheuert, oder? Wir schweben direkt vor denen ihrer Nase. Die greifen uns aber nicht an, weil wir schweben. So. Da ist ein Spruchwirker. Da oben war noch ein Spruchwirker, habe ich gesehen. Also hier oben. Genau. Genau. So. Das haben wir. Da sind noch zwei Büsche. Hallo. Tag. Der Herr. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Vier Frostbären. Zwei Spruchwirker. Das Ding hier. So. Das haben wir. Ach komm. Den brauchen wir. Dann haben wir die erste Quest abgeschlossen. Ja, mach du nur. So. Erste Quest abgeschlossen. Da sind auch noch zwei Frostbärenbüsche. Nummer eins und Nummer zwei. So, hier drüben ist einer. Ach, wer mit dir auf der Minimap angezeigt. Toll. So. Nächste Quest. Beenden. Die ist fertig. Die ist fertig. So, dann haben wir jetzt nur noch zwei Quests. Ähm. Die eine ist hier unten. Wo wir mit der einen sprechen müssen. Oben. Hä? Ach, da hoch müssen wir. Hier rüber. So. Da ist sie. Schlacht in den Wolken. Ähm. Chorastrasa auf dem oberen Ring des Nexus in Kaltara möchte, dass ihr auf ihrem Drachen fünf Elite-Soldaten der Eidschuppen tötet. Ja, dann lass mich mal auf einen Drachen. So. Und zwar, wo muss ich jetzt da hin? Muss ich das hier machen? Nein. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich das machen muss. Ich bin gerade etwas verwirrt. So. Was haben wir denn hier? Feuert eine Flammenstachel auf euer Ziel. Wiederbeleben. Halt das Ziel. Äh. Gewährt einen Kombo-Punkt. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo. Ähm. Was? Ob werde ich euch erlauben? Heißt, wir greifen jetzt erstmal die hier an. Was sind das die? Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Wo war sie denn jetzt nochmal? Da drüben, glaube ich. War sie hier? Ne. Oh, was war sie denn? Sie war irgendwo hier außen. Da drüben. So. Nochmal. Ich guck jetzt mal, ob ich einen von denen killen muss. Ich muss nie. Elite-Soldaten der Eitschuppen. Ich habe keine Ahnung. Woa. 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 Lecko mio. Was eine Scheiß-Quest. Schöne Quest. Ich will aber nicht da reinfliegen. Ich muss näher ran. So. Das hier. Explosionen des Lebens. Wow. Geil. Das ist mal ein geiler Angriff. Äh. Ja. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche mal noch einen. Wenn wir den hier. Okay. So hätten wir es auch einfacher haben können. Quest beendet. Sehr schön. Einmal hier runter. Beendet. Brauche ich nicht. Ach. Das kann man ja öfters machen. Okay. So. Dann müssen wir einmal hier runter. Bin gerade am überlegen. So kommen wir ein bisschen schneller runter. So. Hier ist ein geologisches Messgerät. Am Nexus. Und das letzte ist. Ah. Da oben. Haben wir einen ausgelassen. Hier drüben. So. Was ist hier? Zwei Stück. Hier ist aber nur eins. So. Das hier. Gut. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Dann können wir hier rüber zurück. Ja. Wir gucken dann gleich mal. Was ich noch für Quests kommen. Und entscheiden dann. Ob wir heute oder morgen weitermachen. so erstmal alle abgeben. Schönen guten Tag. Bitteschön. Das nehmen wir nicht an. Erstmal. Das auch nicht. Also heute schaffen wir das eh nicht mehr alles. Was kann ich für. Deswegen. Und schon wieder Level Up. Sehr schön. Das hier beenden. Also hier gibt es keine Quests mehr. Aber ich glaube die Quests. Die wir kriegen sind auch nicht die letzten. Hier. Ich will erstmal hier ein bisschen verkaufen. Dass man nicht wieder unsere komplette Tasche zumüllen. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Also. Ich würde sagen. Wir machen morgen weiter. Weil hier gibt es auf jeden Fall noch zwei Quests. Danach kommen auch noch Quests. Deswegen. Das wird heute nichts mehr bei mir. Dann. Hoffentlich bis morgen. Hoffentlich bis morgen.